Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Stunde zu dem Thema Christus und sein Gesetz. Wir haben gesehen in der ersten Stunde einen Grundsatzansatz, wie wir das Gesetz und das Verhältnis Gottes zum Gesetz verstehen sollen und wir haben versucht zu sehen, dass der Mensch in ein Verhältnis zu diesem Gesetz gesetzt wurde. Und das Verhältnis, das der Mensch hat zu den Gesetzen der Natur und die Gottes Gesetze sind, sowohl auf der körperlichen, physischen als auch auf der geistigen Ebene, sind in einem Verhältnis der Verantwortung. Wir haben gesehen, dass auch Tiere und alles, was auf dieser Welt existiert, dieses Buch, sie sind alle unter das Gesetz Gottes gestellt. Aber das Buch und das Tier haben keine Verantwortung, ob sie dieses Gesetz halten oder nicht. Sie haben die Konsequenz dessen, dass was passiert mit ihnen. Wenn ein Tier das Gesetz seines Körpers bricht und aus Versehen von einer hohen Brücke runter springt, dann ist es genauso des Todes wie auch ein Mensch, der das tut. Aber das Tier hat keine Verantwortung. Nur der Mensch hat die Verantwortung, das Gesetz, sowohl das körperliche, das heißt die physischen Gesetze, unter die wir gestellt sind, als auch die geistigen Gesetze, unter die wir gestellt sind, zu beachten. Nur der Mensch kann und wird vor Gott dem Gesetz gegenüber Rechenschaft ablegen. Kein anderes Wesen, was auf dieser Erde geschaffen wurde, hat dieses Verhältnis zum Gesetz wie der Mensch. Es ist das, was ich versucht habe zu zeigen, die Moral ist. Das, was wir mit Moralität bezeichnen, ist Verantwortung, ist Rechenschaft ablegen gegenüber dem Gesetzgeber, ob das Gesetz gehalten wurde oder nicht. So, der Mensch wurde gesetzt im Garten Eden in ein klares gesetzliches Verhältnis zu der Natur und zu seinem Schöpfer. Und der Mensch übertritt das Verhältnis der Treue zu seinem Schöpfer und kommt außerhalb des geistigen Gesetzes und damit entwickelt sich ein Ruin, der den Menschen zerstört und vernichtet. Diese Zerstörung ist nicht eine Fremdzerstörung, sondern es ist eine eigene Zerstörung. Eines, was Gott beweisen möchte in dieser Zulassung, dass der Mensch und auch der Satan das Gesetz weiterhin bricht, ist, dass alle es erkennen können, dass der Ungehorsam, das heißt das das Brechen des Gesetzes, ob geistig oder körperlich, immer zur Selbstzerstörung an erster Stelle führt. Zerstöre ich jetzt den Baum, zerstöre ich indirekt mich, weil der Baum ist Grundlage meines Lebens. So, da alles zusammengebunden sind, die physischen und die geistigen Gesetze in dieser Schöpfung Gottes, ist es notwendig, dass wir verstehen, dass jede Zerstörung des Gesetzes, das heißt jede Übertretung des Gesetzes gesagt, eine Zerstörung wirkt, die letztendlich auf einen Selbst zurückkommt. Als eines der Dinge, die wir schwer nur verstehen können, dass der Gesetzesbruch allererstens, vielleicht nicht allererstens, aber letztendlich mich selber trifft. Es gibt leider noch andere Wesen, Kinder und Tiere und Pflanzen, die meine Übertretung auch betrifft und sie mögen die sein, die zunächst geschädigt sind, aber letztendlich kommt der Schaden, den ich zufüge meine Umwelt, auf mich selbst zurück. Deshalb brauchen wir eine Vorstellung vom Gesetz. Wir brauchen eine Vorstellung von dem, wie das Leben innerhalb dieses Gesetzes sich entfalten soll. Deshalb studieren wir in diesem Vierteljahr ein Verhältnis. Wir studieren das Verhältnis Christus und sein Gesetz. Wir wollen sehen, wie sein Leben und das Gesetz, das er selber gegeben hat, tatsächlich im Einklang ist und nicht zur Selbstzerstörung, sondern zum Leben führen. Das ist das, weshalb Christus kam, es uns zu zeigen. Christus kommt auf diese Welt und er kommt hierhin, um als Mensch, um als Mensch dem Gesetz Gottes sozusagen untertan. Ja, wir haben viele Bibeltexte, wir werden noch auf, die kommen in den nächsten Stunden, aber Christus kommt auf diese Welt als Vertreter des Menschen, um zu zeigen, um zu zeigen, wie ein Mensch sich zum Gesetz Gottes, in das er gestellt wurde, verhalten soll. Und ich las heute Morgen in der Heiligen Schrift aus dem Hebräerbrief und was mich beeindruckt hat und ich es mir angestrichen habe in meiner Bibel, aber auch in meinem Geist und ich möchte es nie vergessen, ist hier der Vers Kapitel 3 im Hebräer, Kapitel 1 und 2. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses Jesus Christus. So hier bringt der Apostel Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, zum Ausdruck, dass wir Christus betrachten als Apostel und Hohenpriester. Das heißt als Verkündiger, er ist der Apostel, der Apostel ist der Erste, der Vorreiter. Und das ist der Gedanke, der dann durch das Kapitel durchgeht und er sagt, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Hause, der da treu ist, der ihn eingesetzt hat. In meiner Luther Übersetzung steht nicht, der ihn eingesetzt hat, sondern der ihn gemacht hat. Und das ist noch mal eine eine deutliche Verschärfung des Verhältnisses, das Christus hatte zu seinem Vater. Als Mensch war Christus ein Geschöpf. Der Schöpfer wurde zum Geschöpf. Das ist etwas, was wir nicht begreifen können. Wir können es so in der Theorie verstehen. Ja, der Schöpfer wird Geschöpfer. Wir können es nicht begreifen. Und damit er, der Schöpfer, Geschöpfer wird, muss ihn ja jemand machen. Ja, du kannst nicht ein Geschöpf werden, wenn dich nicht jemand schafft. Deshalb haben wir in der Heiligen Schrift die die Beschreibung, dass Christus dadurch in dem Leibe der Maria zur Welt kam, dass der Heilige Geist sie überschattete. Das heißt, dass der Geist Gottes dieses Werk, wenn man so will, zustande brachte. Und das ist natürlich der Geist des Vaters. Deshalb ist Christus ein Geschöpf seines Vaters. Deshalb sagt er, wir werden heute sehen in der Betrachtung, ich muss in dem sein, wo mein Vater oder in meines Vaters Arbeit muss ich sein. So, der Mensch ist ein Geschöpf des Vaters des Vaters. Der Mensch Christus, ja, soll ich das am besten schreiben? verwende ich den Namen Jesu. Er ist Mensch und ist ein Geschöpf des Vaters. So, und was ihn auszeichnet im Vergleich zu allen anderen, ist seine Treue zu seinem Vater und zu dessen Gesetz. Christus ist also treu seinem Vater, der ihn eingesetzt hat, der ihn aber auch gemacht hat und bekennt sich zu seinem Vater als ein Geschöpf. Deshalb studieren wir diese Betrachtungen. Wir wollen das Beispiel Christi sehen, wie er sich als Mensch unter das Gesetz gestellt, als Mensch, als Geschöpf des Vaters sich verhält zu dem Gesetz des Vaters, weil der erste Mensch, den Gott geschaffen hatte, Adam, ist untreu. Er wird untreu, er wird Gott ungehorsam und jetzt kommt der zweite Adam, der zweite Mensch von Gott gemacht. Die anderen sind nur eine Vermehrung. Christus ist eine Vermehrung und auch eine Neustachfung. Das übersteigt natürlich unser großes oder kleines Verständnis, aber dass wir einen Unterschied sehen. Christus war, wie die Schrift sagt, eine neue Schöpfung. So, er ist dem Vater treu. Und das zeichnet ihn aus. Deshalb schreibt der Hebräer Brief über, dass wir anschauen sollen als heilige Brüder, lasst uns betrachten unser Vorbild, den Apostel und den Hohenpriester, der treu ist seinem Vater und dem Gesetz, unter das er gestellt ist. So, deshalb haben wir in der ersten Betrachtung gesehen, zumindest in unseren Sabbatschulen, dass zur Zeit Jesu es verschiedene Gesetze gab und wie Christus in seinem Zustand noch als Ungeborener, wenn man so viel in diese Gesetzmäßigkeit hineingesetzt ist und wie seine Eltern das Gesetz beachtet beachtet So, dieses erste Gesetz, was die Eltern beachtet haben, was in Verbindung war mit der Prophetie, wo er geboren werden sollte, war, dass dieses Gesetz, dieses Kaisers Augustus gegeben wurde, damit jeder in seine Heimatstadt geht, um sich registrieren zu lassen und so musste Josef mit seiner hochschwangeren Frau zu dem Zeitpunkt sich in Bethlehem einfinden, wo diese gesetzliche Vorschrift erfüllt werden sollte und Gott nutzte alle diese Vorgaben um die Prophetie zu erfüllen, dass sein Sohn genau dort auf die Welt kommt, wo es hunderte von Jahren davor prophetisch festgelegt worden war, dass er in Bethlehem geboren würde. So ist ganz wunderbar, wie die Gesetze des Staates unter der Beachtung der Eltern von Jesus die Erfüllung der Prophezeiung fördern und zusammen bringen. So Christus wird geboren in Bethlehem genau wie Gott das vorhergesagt hatte und die Umstände sind es, dass ein römisches Gesetz das fordert. So erfüllt erfüllen die Eltern das römische Gesetz und weil es ja nicht im Konflikt stand mit Gottes Gesetz und sie kommen nach Bethlehem und hier wird Christus geboren. Und als Christus geboren wurde, haben wir natürlich nicht nur das römische Gesetz, wir haben gesehen, es ist das Zermonalgesetz im Sinne der Opfer, das Zermonalgesetz bezüglich der sozialen Verhältnisse im Staat der Juda und sicherlich das rabbinische Gesetz und das Gesetz der Zehn Gebote. Vielleicht schreiben wir sie uns kurz auf, um einen besseren Überblick darüber zu haben. So, die Gesetze. zur Zeit Christi. Es ist ganz klar, Gesetze, die sich nie verändern, die zu allen Zeiten gültig sind, sind die Zehn Gebote. Sie sind zeitlos, das Prinzip der Zehn Gebote ist nicht an Zeit oder ein Ort gebunden. Das nächste Gesetz, was wir haben und in was Christus hineinkam, ist das Zeremonialgesetz. Und dieses Zeremonialgesetz ist das Gesetz, welches wir heute dann näher betrachten wollen, welches hinzu kam, aufgrund dessen, dass die Zehn Gebote gebrochen wurden. Hätte dieses ist auch ein Gesetz Gottes, Niemand anderes hat das Zeremonialgesetz gegeben, außer Gott. Und auch die Zehn Gebote sind dieses Zeremonialgesetz und wir haben haben natürlich unter dem Zeremonialgesetz auch die Gesetze, die sozialen Gesetze des Staates der Juden, die Sozialgesetze, Welche genauso von Gott gegeben waren für die Juden. Sicherlich wären beide nicht notwendig gewesen, wären die Zehn Gebote nie übertreten worden. Aber als Jesus auf die Welt kam, gab es die Zehn Gebote, das Zeremonialgesetz, es gab die sozialen Gesetze des Staates Judah und es gab noch dazu das zusätzliche Gesetz der Rabbiner und die Rabbiner hatten natürlich ein Gesetz, das ist ein Menschengesetz von Menschen gemacht und es ist das römische Gesetz des römischen Besatzungsmacht ist natürlich ein Menschengesetz wiederum, aber viele Menschen Gesetze sind basierend auf den Zehn Geboten oder oder dem Sozial Gesetz, was Gott dem Volke Israel gab. So, das rabbinische Gesetz ist das, was menschlich ist, was nicht von Gott kommt, in dem Sinne, wie sie es gehalten haben, sind, aber man kann auch da hinkommen und sagen, es gab noch eben die Tradition, die Tradition damals, ich schreibe es vielleicht hier unten, das sind auch Menschen Gesetze. Ja, und jetzt müssen wir in unseren Betrachtungen oder wollen wir in unseren Betrachtungen das Verhältnis Christi zu der ganzen Gesetzmäßigkeit betrachten. Und das Gute an dem ganzen Studium ist, dass es eines ist, was nicht in der Theorie stattfindet, sondern in der Praxis. Wir betrachten Jesu tatsächliches Leben. Wir betrachten nicht eine ja irgendeine Literatur, wir betrachten nicht ein ein Konstrukt, sondern wir betrachten das Leben unseres Heilandes, um zu sehen, wie er im Verhältnis zu diesen Gesetzen stand, welche er würdigte und welche er nicht würdigte, unter welche er sich stellte und unter welche er sich nicht stellte. Und das ist entscheidend, dass wir am Beispiel Jesu unser Leben ausrichten. Und ich hoffe, dass am Ende dieses Studiums für uns alle klar geworden ist, anhand des Lebens Jesu, was es mit dem Gesetz auf sich hat. dass wir sehen, dass das eine Einheit ist und dass Christus nicht im Widerspruch stand zu den Gesetzen seines Vaters, zu den Gesetzen, die als er noch nicht Mensch war, selbst als Gott gegeben hat. All diese Gesetze wollen wir verstehen, anhand nicht nur geschriebene Sachen, sondern anhand eines Lebens. Weil ihr wisst, ein geschriebenes Gesetz ist Interpretations notwendig oder kann so oder so interpretiert werden, während das gelebte Gesetz ist weniger empfindlich missverstanden zu werden. obwohl Christus natürlich missverstanden wurde, aber die Gefahr ist gering, wenn man das Leben und das Gesetz zusammen hat, dann findet man zwei Dinge, die zueinander passen, die erklären sich gegenseitig. So das, was das Leben nicht vielleicht erklären kann, erklärt die Schrift und was die Schrift unfähig ist zu erklären, erklärt das Leben. Deshalb betrachten wir Christus und sein Gesetz. Wir betrachten sein Leben als Mensch, nicht als Gott, als Mensch, wie er sich diesen Gesetzen unterstellt hat. So die erste Situation, in die Jesus gestellt wurde, als er geboren, wahrt, wahrt, dass er am achten Tag beschnitten werden musste. Es gab das Gesetz Gottes, der Beschneidung. Gott selbst hat das, dieses Gesetz gemacht, ins Leben gerufen und es hat einen tiefen Sinn, wenn wir das studieren könnten, in dieser Stunde wäre es schön, aber wir haben es nicht, dass wir uns jetzt mit der Beschneidung befassen. Auf jeden Fall Jesus als einer geboren ins Judentum und in die Gemeinde Gottes unter das Volk Gottes musste als männliches Wesen beschnitten werden. Und Jesus wurde am achten Tage nach dem Gesetz beschnitten. so erfüllte er in seinem Leben die Notwendigkeit des Erfüllens des Zeremonialgesetzes des so gewissen Bundes mit Gott. Wir werden das noch deutlicher und in den Stunden, wo das Thema dann rankommt, betrachten, aber es ist wichtig, dass wir verstehen, Jesus kam nicht auf die Welt und hat sich sicherlich als acht Tage altes Säugling war er sich nicht bewusst von dem, was passierte, aber er war hineingestellt und Gott wollte, dass sein Sohn beschnitten wird und dass alles an ihm geschah, wie es im Gesetz von Gott gegeben war. Aber das Zeremonialgesetz, wo wir einige Dinge betrachten werden heute, hatte nicht nur die Beschneidung als Grundlage, sondern das Zeremonialgesetz als Inhalt, sondern das Zeremonialgesetz hat eine große Weite und wir haben uns in dem letzten Jahr in der Betrachtung, wo es ging ums Heiligtum, mit diesem Gesetz befasst und versucht es ein wenig zu durchleuchten, ein wenig zu verstehen, weil es ja notwendig ist, dass wir den Inhalt dieser Gesetze verstehen. So ist es wichtig zu sehen, das Zeremonialgesetz ist eine weite Ausführung Führung von vielen Dingen, die Juden tun mussten in Bezug auf ihre Wiederherstellung aus der in die Sünde gefallenen Zustand. So das Zeremonialgesetz kommt und wird von Gott gegeben als Lösung, als Befreiung aus der Situation, in die Adam und Eva reingekommen waren, aufgrund ihrer Sünde. So, es hätte nie ein Zeremonialgesetz gegeben, es wäre auch nie notwendig gewesen, hätte der Mensch nicht gesündigt. Und dieses Zeremonialgesetz, das Gott gibt, speziell dann dem jüdischen Volk, hatte aber seine Bedeutung auch schon davor. es trat in, wenn man so will, in Funktion am Tage, wo Adam und Eva gesündigt haben. An dem Tage nahm Gott zwei Lämmer und tötete sie und machte Adam und Eva neue Kleider, weil sie das Kleid ihrer Unschuld durch das übertreten der Sünde verloren hatten. So, das Zeremonialgesetz, das Gesetz der Opfer, das Gesetz, wie Gott zeigt, wie die Befreiung aus der Sünde aussieht, hatte seine Einsetzung nicht dort am Sinai, obwohl dort wurde es in ihren, in seinen vielen Details ausführlich dargestellt, aber es hatte seine Funktion mit Eintritt der Sünde in die Welt. In dem Moment, wo die Heiligen Zehn Gebote übertreten wurden, hatte Gott einen Weg vorbereitet, dass der Mensch aus der Gesetzlosigkeit wieder herauskommt. Und das ist der Sinn des Zeremonial Gesetzes. Es ist die Beschreibung wie kommt der Mensch aus dem Zustand der Sünde wieder heraus. Vielleicht versuchen wir doch das in ein Bild zu malen, dass wir den Sinn dieses Gesetzes verstehen. Es ist also wichtig, wenn wir hier die Zehn Gebote haben. Es ist das, was sozusagen den Geist des Menschen und alles Lebendige, aber vielleicht auch alles Unlebendige steuert. aber für den Menschen wurde es wurden die Gebote gegeben, dass er sie hält und zwar absichtlich und bewusst. Und der Mensch übertritt wird untreu Gott, indem er die Zehn Gebote übertritt, indem er gehorsam nicht hält, er gehorcht einem anderen anstelle von Gott und so kommt er einen Zustand der Untreue und wäre damit nicht mehr lebensfähig. Aber das Übertreten des Zehn Gebote durch den Menschen, das Übertreten fängt Gott auf und hat einen Weg, wie der untreue Mensch wieder treu werden kann und da setzt er ein das Zeremonialgesetz durch welches, wenn man so will, hier der Mensch wieder in die Treue zu Gott gebracht werden kann. Das heißt, der Mensch übertritt die Zehn Gebote, er wird untreu, untreu, seine Untreue lässt Gott aber nicht dazu führen, dass er den Menschen aufgeht, er hat einen Erlösungsplan gemacht, er hat einen Plan gemacht und das Zeremonialgesetz beinhaltet den Erlösungsplan des Menschen, wie er wieder aus der Untreue zu Treue zu Gott zurückkehren kann. Das ist der Grund des Zeremonialgesetzes. Es ist also nicht eine belanglose Geschichte, es ist nicht etwas, was irgendwo als null und nichtig anbetracht werden kann, sondern es ist Gottes Plan, Gottes Plan zur Erlösung des Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Zeremonialgesetz verstehen, das meisten Christen verstehen es nicht und wir haben das, als wir das Heiligtum besprochen haben, wo es letztendlich um dieses Gesetz geht, ist ein großes, ich sage jetzt mal Unkenntnis, aber diese Unkenntnis kommt, dadurch, dass man nicht einen Gesamtblick hat von dem, was die Gesetze ausmachen und welches der Sinn des Gesetzes ist. Hier ist der Zehn Gebote, sagt die Schrift, ist der Sinn, dass wer ihnen treu ist, der lebt dadurch. Und jetzt bin ich untreu geworden, bin dem Gesetz, ungehorsam stehe, unter der Verdammnis des Gesetzes, weil ich ja Verantwortung habe als Mensch, ich bin ein moralisches Wesen, das Gesetz Gottes ist nicht gegeben, damit ich es unbewusst halte, sondern damit ich es bewusst und mit Verantwortung halte und ich bin jetzt untreu geworden und Gott will mich aber wieder aus der Untreue herausbringen und so hat er einen Plan gemacht für die Lösung des Menschen und den beschreibt er im Zeremonialgesetz Wichtig also oder unwichtig Von Gott gegeben oder nicht von Gott gegeben Manchmal reden wir vom Zeremonialgesetz Manchmal gucken wir uns den Heiligtumsdienst und die Opfer wie ich sage mit großer Unkenntnis an wir fragen uns wie wollte Gott dass so viel Opfer gebracht wird es war nicht Gottes Plan dass so viel Opfer gebracht wird es war Gottes Plan dass die Menschen das Zeremonialgesetz verstehen dass sie verstehen was Gott ihnen darstellen wollte wie sie aus der Untreue wieder zur Treue kommen sollten aber sie haben es leider nicht verstanden außer so manchen und so kommt mitten in dieses Unverständnis hinein mitten in das Durcheinander der Übertretung sowohl der Zehn Gebote als auch des Zermonialgesetzes geschweige denn das Sozialgesetz was Gott gegeben hatte all dieses in diese Unkenntnis in diese Übertretung kommt Christus hineingeboren um um das Verständnis zu bringen um das Licht zu bringen gegenüber der ganzen Gesetzmäßigkeit die Gott gegeben hat so er kommt um uns zu erleuchten wenn man will er kommt um uns das die Wahrheit zu zeigen aus der Dunkelheit der Missverständnisse zum Gesetz und deren dessen Zweck zu befreien aber wir sehen es ja nicht so und wir haben es nicht begriffen deshalb gibt es ja auch so viel Uneinigkeit und Streit unter den sogenannten Christen weil sie nicht verstanden haben den Zweck der zwei unterschiedlichen Gesetze so haben wir heute im Fokus und wir werden es noch nachher betrachten später aber in der Kindheit Jesu sein Verhältnis zum Zeremonial Gesetz und das wollen wir betrachten es war also in der jüdischen im Zeremonial Gesetz die Pflicht dass man beschnitten werden sollte als Mann und das erste Kind musste auch Gott als Erstlings Frucht geweiht werden und für die Weihung und man sozusagen die weil das erste Kind Gott gehörte das hat etwas zu tun mit der Befreiung aus Ägypten so musste ein Opfer gebracht werden damit man dieses Kind sozusagen nicht Gott weiht sondern behält weil es Gott die Erstlinge gehören und er hat sich dann später entschlossen und deutlich gemacht dass er anstelle der Erstlinge die Leviten sich ausgesucht hat als seine Diener so mussten aber die Eltern die ein erstgeborenes einen Sohn auf die Welt brachten ein Opfer bringen um sozusagen den Sohn abzukaufen das ist wiederum etwas was man tiefer studieren musste und auch das haben die Eltern getan als sie nach 40 Tagen Christus zur Darstellung zum Einschreiben seines Namens und bei dieser Darstellung mussten sie eben dieses Opfer bringen als sozusagen ja Lösegeld klingt nicht so gut aber als Abkauf dass sie anerkannten dass dieses Erstling Gott gehört und die die Eltern mussten dieses Opfer bringen und weil sie so arm waren brachten natürlich sie das Opfer der Ärmsten so zwei Turteltaupen ja so da hätte man könnte man in Details gehen auch das möchte ich vermeiden möchte nur dass wir den Überblick gewinnen wie treu die Eltern Jesu sich an die Zeremonialgesetze hielten und wie wichtig es ist dass Jesus schon in seiner Kindzeit nicht nur Kindheit sondern Säuglingszeit in diese Gesetze hineingelegt wurde und sie an ihm vollbracht wurden so wurde er nach 40 Tagen im Tempel dargestellt und wir kennen die Geschichte wie Unkenntnis der Priester hat dieses Kind in seinem Arm und er weiß nicht wenn er im Arm hält er schreibt den Namen Jesus ein aber er vollzieht sozusagen die traditionelle oder die nicht die traditionelle sondern die gesetzgegebene Handlung ohne dass er versteht mehr oder weniger was er damit tut aber weil Gott nicht ein Gott ist der Dinge zulässt so hat er zwei treue Seelen dort in der Nähe dieses ja nicht mehr so bewussten Volkes und der Gesetzmäßigkeit die dort existieren und er hat diese zwei treuen Seelen die Frau und den Mann ja aus beiden Geschlechten die bezeugen dass Christus der Sohn Gottes ist am 40. Tag nachdem er auf der Welt war und sie prophezeien von ihm und die Mutter Jesu und die Vater die kriegen das mit und auch die die Anwesenden weil die haben das ja laut gemacht dass Simon sagt jetzt kann ich sterben weil ich habe den gesehen der der Erlöser Israels ist bisher im Zeremonial Gesetz steht auch die Verheißung des Erlösers der Erlöser wurde versprochen als Adam und jeder gesündigt hat und im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 15 Gott sagt ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe zwischen ihrem Samen und deinem Samen dieser wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen das sagt er der Schlange Christus war verheißen und das Opfer das im Zeremonial Gesetz die zwei Lämmer die Gott selbst schlachtete als er Adam und Eva neue Kleider machte und wir wissen dass es ja Christus war der das tat dass die Versinn bildeten ihn als den Menschen der der geboren werden soll vom Samen des Weibes aber kommend aus den Höhen des Himmels und die Erlösung des Menschen zu bringen so in diesen Gesetzmäßigkeiten wurde das voraus gesagt deshalb wartete der Simon auf die Erfüllung der Verheißung und der Heilige Geist hat ihm klar gemacht du wirst nicht sterben bis du ihn siehst und so kann er jetzt nachdem er in einem 40 Tage alten Zeugling den Erlöser der Welt sieht sagen jetzt kann ich ruhig sterben denn die Verheißung hat sich vor meinen Augen so erfüllt wie der Geist Gottes es ihm offenbart hatte genauso Diana und die ganzen die ganze Schrift ist wunderbar wenn wir es am Leben Jesu betrachten so Jesus erfüllt das Gesetz als Säugling seine Eltern vollbringen all das was im Zeremonial Gesetz notwendig war zu tun es gab keine Diskrepanz wir werden sehen weder in seiner frühen Kindheit noch in dem späteren Verlauf seines Lebens zwischen ihm und dem Zeremonial Gesetz geschweige denn den zehn Geboten er war die Erfüllung beider Gesetze aber wir haben in der Lektion auch die erste Erfahrung Jesu wir wissen nicht sehr viel über seine Kindheit was wir aber wissen das ist so manches geschrieben in diesem wunderbaren Buch in den Fußspuren des großen Arztes aber wir haben als Buch für diese Betrachtung auch das Buch das nur über das Leben Jesu geschrieben wurde das Leben Jesu und das ist sehr empfehlenswert dass wir das wissen was uns hier der Geist der Weissagung durch Herrn Weid gesagt hat über die Kindheit und das Leben Jesu es ist ein eine wunderbare Beschreibung und ich lese hier ein kleines Zitat über die Kindheit Jesu auf Seite 54 im dritten Kapitel die Kindheit Jesu in dürftigkeit verbracht hatten die erkünstelsten Gewohnheiten eines verdorbenen Zeitalters nicht beeinflussen können haben gesehen Jesus kommt in ein religiöses durcheinander in eine dunkle Welt wo das Gesetz wo der Grund nicht mehr bewusst ist die Menschen tun etwas aber sie wissen nicht warum genauso wie heute wenn die Menschen irgendwelche Feste feiern und wir haben ja so manches Fest wo wir einen Feiertag haben in Deutschland und es wird getan aber es weiß keiner den Hintergrund dieses Fest oder sehr wenige so die Kindheit Jesu in dürftigkeit verbracht also unter den ärmsten Umständen hatten die erkünstelten Gewohnheiten eines verdorbenen Zeitalters nicht beeinflussen können indem er als Zimmermann arbeitete die Lasten des häuslichen Lebens trug gehorsam und Arbeit kennenlernte fand er seine Erholung in der Natur und sammelte sich Kenntnisse während er die Geheimnisse der Natur zu verstehen suchte Er erforschte das Wort Gottes und seine glücklichsten Stunden waren die wenn er seine Arbeit verlassen und in die freie Natur gehen konnte um in den stillen Tellern nachzudenken auf den Bergen oder unter den Bäumen des Waldes Gemeinschaft mit Gott zu pflegen Oft fand ihn der frühe Morgen an einem einsamen Ort in Betrachtungen versunken die Schrift erforschend oder im Gebet mit Begasang begrüßte er das Morgenlicht mit Dank und Loblieden erheiterte er seine Arbeitszeit und brachte des Himmels Freudigkeit den Ermüdeten und Verzagten so lasst uns das ein wenig betrachten vor unseren in unserem Vorstellungsvermögen wie dieser junge aufwächst unter welchen Umständen und ich habe jetzt hier nicht noch die Naturgesetze aufgezeichnet aber Jesus lebte in völligem Einklang mit den Gesetzen der Natur sie offenbaren den Charakter Gottes genauso wie die zehn Gebote die geistige die geistigen Gesetze und es gibt auch keine Diskrepanz oder keinen Zwiespalt zwischen beiden Gesetzen deshalb sind beide äußerst wichtig weil wir als Menschen haben gesehen wir sind unter beide gestellt wir können nicht sagen ich halte nur das geistige Gesetz und ich halte für nachlesige die physischen Gesetze all das geht nicht wir sind beides wir sind physisch und geistig so haben wir beide Gesetze die wir beachten müssen wenn wir gut und gesund leben wollen so ist Christus führt ein Leben in Einklang mit diesen Gesetzen und er freut sich und ist glücklich wenn er in der freien Natur ist und dort in den stillen Tälern nachzudenken auf den Bergen oder unter den Bäumen des Waldes Gemeinschaft mit Gott zu pflegen in der Natur Gemeinschaft mit Gott zu pflegen er versucht die Geheimnisse der Natur zu verstehen die Natur hat so viele Geheimnisse aber es ist auch gleichzeitig ein wunderbares Buch wo man die Geheimnisse entschlüsseln kann so deshalb war das Leben des Heilandes auf Erden ein Leben der Gemeinschaft mit der Natur und mit Gott in dieser Gemeinschaft offenbart er für uns das Geheimnis eines kraftvollen Lebens so Jesus lebte in Einklang mit den Naturgesetzen mit den zehn Geboten und mit dem Zermonial Gesetz und sicherlich auch mit den sozialen Gesetzen in die er hineingestellt war und den römischen Gesetzen in die er auch hineingestellt worden war so Jesus war ein vollkommenes Vorbild eines Menschen der die Gesetze Gottes erfüllt nicht nur anerkennt theoretisch nicht nur sagt ja ja das ist Gottes Gesetz nein sie waren geschrieben in sein eigenes Leben so in der Kindheit sagt uns die Schrift er nahm zu an Weisheit und Gnade bei Gott und den Menschen so das erste Ereignis war für eben Jesu wieder Treffen in der Heiligen Schrift beschrieben ist als er zwölf Jahre alt war auch das ist wiederum eine Festlegung im Zeremonial Gesetz was gegeben wurde dass der männliche Junge an den mit zwölf Jahren in die Ordnung hineintrat die Gott gegeben hatte dass man dreimal im Jahr sollten die Kinder Israel zu den Festen die vorgegeben waren nach Jerusalem kommen das war das Passerfest das war das Pfingstfest das war die und das dritte Fest war der größte Versohnungstag Jom Kippur so all diese bei diesen drei Festen war es Pflicht für die Männer des Volkes in Jerusalem zu erscheinen am Tempel das waren die Pilger Wege damals dass man dahin kam und deshalb waren zu diesen Festen Juden da nicht nur aus Land dem jüdischen Land sondern überall wo sie verstreut waren durch die Gefangenschaft babylonische waren ja die Juden in viele Länder verstreut worden durch die Römer dann genauso und so kommen sie weil sie ja in ihrer Treue zum Zeremonialgesetz stehen zu diesen Festen nach Jerusalem zum Tempel weil dort fand ja diese Erfüllung dieser diese Gesetze statt sie mussten zum Passafest kommen opfern das Pfingstfest mussten sie alle dort erscheinen und natürlich zum großen Versöhnungstag und weil das Passafest wohl das ist was zuerst kommt so war Jesus zuerst wird er beschrieben dass er dabei ist bei dem Passafest war das erste Fest dass er als jüdischer Mann bewusst im Tempel im Tempel wahrnahm und auch das war in Erfüllung des Gesetzes so Jesus kam in den Tempel und wir alle kennen die Geschichte und die Begebenheit die dort stattfand und Jesus sagte als er verloren wurde von seinen Eltern und sie fanden muss ich nicht dort sein in dem was meines Vaters ist muss ich nicht im Werk meines Vaters stehen und dann erkannten auch Maria und Josef der Junge hat noch einen anderen Vater er steht in einem anderen Verhältnis ja er er ehrt uns als Vater und Mutter aber er hat einen anderen Vater ist sich bewusst mit zwölf Jahren das eine Aufgabe hat und die Aufgabe ist ihm vom Vater gegeben hier finden wir den bewussten jungen Jesu der in seiner Entwicklung sein Wachstum zum vollen Mannes Alter in der in dem Bewusstsein schon ist dass er von Gott gerufen ist und dass er weiß wer sein Vater ist er kennt seine Mutter aber er weiß auch wer sein Vater ist Jesus weiß dass sein irdischer Vater nicht Josef ist er errt ihn wie ein Vater in der Familie aber er bedeutet er bekundet ganz deutlich dass er in dem Werk seines Vaters sein muss ihr wisst es früher und auch heute gibt es noch manchmal diese Tradition dass der Sohn das übernimmt was der Vater tut dass selbe Geschäft und so bezeugt sich Jesus und sagt ich bin gekommen die Geschäfte meines Vaters zu tun und schön ist die Begebenheit ich hoffe sie bringen uns allen eine eine klare erkenntnis über den jungen Jesu mit zwölf wie er zu den Gesetzen steht danach wird uns nicht mehr beschrieben dass wir Jesus finden in der Heiligen Schrift außer wo er dann kommt zum Jordan als Johannes der Täufer ihn ankündigt und getauft wird aber das werden wir weiterhin später schauen was wichtig ist dass wir aus dieser Lektion mitnehmen ist dass wir Christus betrachten und sehen dass er in diesem Verhältnis zum Gesetz seines Vaters in keinem Widerspruch stand er war der Gesetz das Gesetz erfüllung und es wird uns nicht beschrieben dass er zu Pfingsten auch kam nach Jerusalem und zum Jokumpur aber als der der anfing mit zwölf so hat er diese Festjahre gemacht und ist mitgegangen aber es wird darüber uns nicht mehr berichtet es war Gottesgeist wichtig der uns die Schrift gegeben hat dass wir wissen dass in den Anfangszeiten Christus diese Feste hielt und wir wissen auch später in seiner Zeit wo er dann getauft wurde und seinen Dienst als Apostel wenn man so will als als Messias gerufen zu dem Dienst um die Jünger auszubilden und dann die Erfüllung zu sein des Opfers was vorausgesagt wurde all das sehen wir auch während seiner Zeit bis zum Tod er die Gesetze die Zeremonial Gesetze alle hielt so die Frage ist natürlich sind wir heute immer noch unter diesen Gesetzen sind wir heute verpflichtet die Feste zu feiern die Juden feierten und die Antwort ist natürlich deutlich und klar dass wir tatsächlich dass wir verstehen dass die Feste wie sie gefeiert wurden ein Bild waren für die reellen Feste und seit Jesus gestorben ist am Kreuz hat ja die haben die ganzen Feste einen neuen Aspekt gewonnen sie sind nicht mehr sie finden nicht mehr in dem Sinne auf der Erde statt sondern sie finden jetzt im himmlischen Heiligtum statt und sie finden jetzt nicht mehr statt durch eine physische Präsenz weil wir können nicht physisch da hineingehen aber durch den Geist und durch den Glauben halten wir die Feste aber nicht im irdischen Verhältnis zum Tempel sondern im geistigen Verhältnis zu dem himmlischen Heiligtum und zum himmlischen Tempel dort wo der hohe Priester in Realität das ausübt was hier auf Erde nur ein Sinnbild war deshalb ist die Idee von manchen gläubigen Christen dass sie die Feste feiern müssen absurdum es ist nicht gut so zu denken weil eins ist ein Bild und das andere ist die Realität ich muss im Bild nicht mehr wandeln wenn ich in der Realität wandle so wir wandeln heute Jesus hat gesagt der Frau Jakobs Sprungen wir beten Gott an in der Wahrheit und in der im Geist die der Tempeldienst das Zeremonialgesetz war ein Bild der Realität in der wir heute leben warum soll ich in eine Irrealität gehen in ein Bild wo ich heute in der reellen Zeit lebe und wir leben heute wie wir in den Betrachtung gesehen haben nicht zu Passerfest nein das das reelle Passer war als Christus auf Erden starb das reelle Pfingsten war als der Heilige Geist herunter kam da haben sich und die ungesäuerten Brote und die ersten das sind Dinge die haben sich schon erfüllt im Erlösungsplan dahin muss ich nicht mehr zurück ich muss heute kein Passer feiern ich muss kein Pfingsten feiern weil das alles ist ja in der Realität schon geschehen ich bin heute in dem Fest der Realität nämlich am Jom Geburtag vor uns in dieser Zeit in der wir leben müssen wir bewusst sein wir leben am großen Tag der Versöhnung nicht im Bild ich muss deshalb nicht einen jährlichen Versöhnungstag feiern weil ich lebe ja den ganzen Zeit an in diesem reellen Versöhnungstag der ich im Geiste im himmlischen Heiligtum tue und ich erwarte die Vollendung dieses Versöhnungstag zu erleben wenn Jesus kommt in den Wolken des Himmels und wenn aufgeteilt wird wenn die Ernte stattfindet wenn die sogenannte zweite Erstlingsfrucht eingefahren wird die Erlösung derer die nie sterben werden die 144.000 und dann das Laubhüttenfest wo wir alle alle Erlöste werden das Laubhüttenfest feiern in der Realität in der Wolke mit unserem Herrn sieben Tage lang so das ist deshalb ist die Frage ob wir heute die alten Gesetze die ein Bild waren auf Christus und die sich erfüllt haben oder begonnen haben zu erfüllen mit dem Sohn Gottes der am Kreuze geopfert wird wo die Erfüllung des wahren Passafestes ist wo dann die Erfüllung des wahren Pfingstfests ist wo Jesus ins Heiligtum hineintritt und der Heilige Geist auf die Erde kommt dann wo das Werk der Versöhnung das stattfand bis 1844 ab 1844 der Jom Kippur Tag und dann noch das Laubhüttenfest so all diese Feste die haben sich erfüllt und jetzt heute leben wir in der Realität dieser Feste deshalb ist es in keinster Weise irgendwie biblisch begründet dass heute ein Christ denkt er muss sich weder beschneiden noch muss er eines dieser Feste in der Vergangenheit gehen und sie dort feiern nein wir leben heute in der Gegenwart dieser Feste und wenn wir in der Gegenwart dieser Feste sind wäre es ja eine Verleugnung dass wir in der Gegenwart leben wenn wir im Symbol noch etwas tun was jetzt gegenwärtig ist so das ist das was wir nicht verstanden haben und so gibt es alle Arten von Strömungen hin und her leider was alles sehr deutlich wäre würden wir in Christus die Erfüllung des Zeremonialgesetzes sehen und in unserem Verhältnis zu diesem Gesetz deutlich die Haltung einnehmen die auch Christus einnahm und mit ihm zusammen die Feste feiern aber nicht im Bild sondern in der Realität weil die Feste haben nur einen Sinn für die Erlösung des Menschen und wenn der Mensch erlöst ist wenn das Laubhüttenfest gefeiert wurde dann weiß ich nicht die Bibel beschreibt kein anderes Fest das wir feiern werden im Himmel außer den alle sieben Tage auftretenden Sabbat ansonsten kenne ich kein Fest das im Himmel beschrieben wird dass es gefeiert werden soll aber das weiß ich was die Bibel beschreibt deshalb lasst uns nicht verführt werden lasst uns die Dinge studieren so wie sie uns dargestellt werden mit viel gebet unter gottes geist und immer im blick das leben jesu er macht uns weise er gibt uns die klare erkenntnis so dass wir nicht hin und her wackeln oder unklar gehen das gesetz und christus geben unserem gang eine festigkeit eine einen klaren blick und wenn wir das behalten werden wir sicher ankommen ich möchte ankommen ich möchte eines tages vor diesem meinem heiland und vor meinem vater stehen und ich möchte dort dankbar sein eine ganze ewigkeit für das was gott getan hat für mich und in mir mit mir zusammen dass ich dort sein kann und das ist Einladung auch an uns alle deshalb studieren wir das Wort Amen Amen Untertitelung. BR 2018